Montag, 7. Oktober 2019, 17.45 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Und wir starten erstmal mit meinem neuen Pausenscreen. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. So, wir kommen zur zweiten Runde GOW. Fünf Kampagne. Aber zum Einspielen eine kleine Runde Multiplayer. Und danach starten wir die Kampagne frisch. Das ist tatsächlich so, ich hab mal im Internet nachgeguckt, dass die Fundstücke schon in der ersten Sekunde beginnen und ich schon die ersten Bauchfundstücke verpasst hatte. Das ist ein bisschen, wie ich mich das letzte Mal darüber unterhalten hatte. Jetzt lese ich mir mal kurz eine Twitch-Nachricht vor, was so lange gestartet. Okay. Okay. Hm. So, jetzt öffne ich mal ... Shetty. Das sieht auch schön aus. Na, ich trappe jetzt schon. So, jetzt habe ich hier mit dem Controller. Spielen wir uns mal eine Runde ein, ne? Das stimmt ja. Ich bin ja auf Sarah Connor nicht mehr angewiesen. Was ist das? Wir kennen ja jetzt, oh, die beiden Medotypen hier. Das ist geil. Nein, ich kann doch jetzt mal die Batista nehmen. Auch wenn sie alle Oma nicht mehr. Batista! Batista! Okay, halt mal. Versus? Feinliste. Okay, König. Was? Was sagst? Was? 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 Was ist das? Was? 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 Oh, wer bin ich gleich warm? Ah ja. Hat die 800. He he! Wobei der nicht ganz echt rüberkommt. Na, der holt doch auch. Was ist denn zu orange? Ach, jetzt führt die Maschinen den Krieg. Brauchen wir es nicht mehr zu tun haben, also Ruhe. Naja, das Niedersehen des Krieges. Oh, die ist da. Pfff, fff, ffff, 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 ffff. Ah, die ist da. Ah, die ist da. Weil ich da auch nicht mehr gewohnt bin, so Dicken zu spielen. Ich spiele immer mit schlanken Frauen... Hi Delfino! Was geht? Guck mal was ich spiele hier! Was geht da? Ich hab irgendwie noch nie geschrieben... Chatprogramm geht... Wie geht's dich hier? Sag mal ein... Ah, jetzt bin ich der T800... Na gut... Alles Schrott-Maps, ich will die alten Maps haben... Die Übungshelmte will ich auf keinen Fall... Guck mal stimmt meine Auflösung nicht... Oben rechts ist nicht ein ganzes Bild drin... Die obere Zeile... Guck mal... Na ne, aber ein bisschen... Jetzt bin ich doch wieder Batista... Na gut... Jetzt bin ich doch als Mensch eingeordnet... Batista kämpft in 200 Jahren für die Freiheit auf einem anderen Planeten... Und der Terminator auch... Hahaha... Und die zwei Typen aus Halo auch... Die man spielen kann... Ja, ob sowas wollen wir auch bekommen... Könnte besser gehen... Aufgrund einer Verkühlung sind meine rechten Gesichtsnerven beleidigt worden... Und ich habe dort eine temporäre Gesichtslähmung... Sprechen sie jetzt wie in Star Trek... Hi Speedbull... Temporäre Gesicht... Das ist geil Delfino... Hi Speedbull... Falls du wissen willst... Was rausgekommen ist... Welch meiner Bank Speedbull kann ich dir jetzt sagen... Falls du dich noch erinnern kannst... Die hat auch eine schöne Waffe... Rotiert einen schönen Waffen-Skin... Fast ein bisschen so laut... Die haben mir gesagt... Dass ich... Was ist das hier? Aber das stimmt ja nicht... Ja, wir müssen uns doch volle Puller... Das war schon klar... Was die mir antworten... Und genau das haben sie auch geantwortet... Dass sie sich leider, leider, leider... An europäische Sätze halten müssen... Und die mir den PIN... Nicht ersparen können... Das haben sie mir einmal am Telefon gesagt... Einmal per Mail geschickt... Und einmal nochmal per Post... Dass ich mich mit TAN einloggen muss... Aber... Dass die TAN... Wenigstens 90 Tage halten würde... Das heißt... Ich muss nur... Vierteljährlich... Mit dem TAN... Äh... Wenn du deine... Monatlichen Briefe... Nachgucken willst du... Oder was in dem Fall... Deine elektronischen Kontoauszüge sind... Oh... Und das ist dabei rausgekommen... Wie freundlich sie dabei aber immer waren... Ne... Solche Schleimer angestellt... Ey, wo haben die ganz bunten Waffen... Die die auch haben... Deswegen spiele ich lieber KeoW4... Da ich so nach einem Jahr arbeite... Meine Waffen freigeschalten... Die ich habe... Und nur weil ich meine Waffen... Die ich habe... Die freigeschalten habe... Das stimmt doch nicht... Ich sollte wahrscheinlich... Doch etwas draus spielen... Die treffen mich besser jetzt... Woher habt ihr die bunten Waffen? Ich zahle alles... Sag mir woher die bunten Waffen hast... Ich kann nicht mit diesem Schwarz-Weiß-Grennball spielen... Sag mir woher die Waffen hast... Komm... Sag, 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 sag... Sag mal... Ich stelle mich aber auch gerade an... Geht nicht bestimmt... Oder Internet lag gerade... Was geht nicht bestimmt? Hat bei dir was geleckt? Hattest du jetzt mal eine Geschichte gehört? Oder? Mit der Bank? Er hat es jetzt nicht gehört? Oder war es jetzt ein technischer Erklärungsverlust? Du... Hast du zur Wirtschaft, Mose? Loll... Ich bin ja dicker, fetter Batista... Sag mal... Es wird meine Schüsse... Überhaupt nicht angekommen... Also... Bei dir war das Internet weg... Also sie sagen, die müssen sich an europäische Gesetze halten... Die können es leider nicht wegmachen... Jetzt... Aber... Das war von vornherein schon so gedacht... Das haben sie mir auch gesagt... Um mich zu beruhigen... Dass ich mich nur alle 90 Tage... Mit einer Tann einlocken muss... Die gilt dann 90 Tage... Das muss ich auch bei allem machen... Bei meinen täglichen Umsätzen... Wie auch bei meinen monatlichen Kontoauszügen... Immer einmal pinnen... Und das reicht dann 90 Tage... Das reicht sagen wir ja... Sooo... Jetzt bin ich reingespielt... Na geht doch... Ich spiel deutlich lieber mit Frauen... Jetzt mit solchen dicken Klopsen hier... Alter, jetzt mal mit der da... Wo wir haben... Scheibenhonig... Kann ich diesmal die Geschichte an... Ich hoffe... Ich erzähle es auch gerne noch ein drittes Mal... Was kriege ich hin, wenn der Shack nicht so belebt ist... Da bekam mir jetzt schon jemand zuvor... Hat mir auch vielleicht sogar das Leben gerettet... So, nach dieser Multiplayer-Runde spiele ich aber dann... Äh... Kampagne weiter... Und die fange ich nochmal von vorne an... Weil beim letzten Mal... Ich doch nicht alle Sammlerstücke... Aua... Gute Arbeit... Haltet... Da war eine Granate... Ne, jetzt habe ich es gehört... Gott sei Dank... Europäische Gesetze... Also technisch wollten sie es hinkriechen... Dass ich das nicht brauche... Haben sie mir gesagt... Aber äh... Ach... Ach... Ficken... Der hätte ich so schön griechen können... 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 Ach... Verdammt... Aber noch ein dritterer... Schade... Den zweiten hätte ich griechen, wenn der dritte nicht da gewesen wäre... Mit seinem komischen Lederkopftuch da... Uh-oh... Boop-a-doop... 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 Schade... Das ist cool, wer ist nächstes? Der war gut. Okay, mit Batista bin ich nicht hübsch. So. Ich muss Krieg spielen. Also irgendwie achten die nie auf den Rücken. Der lag. Die lag. Ich bin auf Lobbus jagt. Könnt ihr gebückt so schnell rennen wie die, ja? Au! Das war böse. Wusstet ihr, dass ich Sniper und jeden Shooter hasse? Die haben die Gaben, mir um meinen Kopf wegzuschießen. Sniper ist wirklich was, was verboten wird. Hab ich jetzt echt verloren? Was? Du besaß doch eigentlich so gut aus. Eins, zwei, drei haben wir schon mal verloren. So, jetzt gibt's erstmal Ricottospinat, Tortellini in Käse und Sahnesauce. Das klingt dauerlecker, das will ich jetzt auch haben. Ich hab heute nämlich noch nichts vergessen, weil ich bin auf die Eid. Die haben die so schön prünften Wappen, seht ihr das? Ah, Mann! Ah, wer war da? Ich bin auch getrückt. Neide. Ich habe einen Rücken. Schön von hinten. Die achten hier auf den Rücken, ist mir aufgefallen. Die sind zwar im Frontalkampf unglaublich klingt, aber die haben eine Gabe nicht auf den Rücken zu achten. Nicht zu drehen. Nicht zu drehen. Mit achten nur auf den Rücken. Ich bin nicht zu drehen. Ich bin nicht zu drehen. Dann wird das Rücken. Ich bin nicht zu drehen. Yeah! Yeah! Muss doch gucken, ob sie sich in Teil 4 auch schon können. Schau, schätze, wo? Dann sollen wir fertig werden. Oh, oh, genau neben mir explodiert das scheiß Ding. Oh, oh, genau neben mir explodiert das scheiß Ding. Oh, ne? Ich hab einen Mann gleich mit. Direkt zwischen meinen Beinen. Piep 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 piep. Rums. Ach, ich wollte sägen. Ich hätte einmal Bock auf sägen. Natürlich. Das sehe ich bei den Spielen mit einem anderen Knopf. Kein Wunder, dass das hier in Zeit nicht klappt. Oh, schade. Segen macht so schön Spaß. Das war's. 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 hab ich da ob man davon satt wird, naja hat ja nichts gekostet von Vater aus und Kirschrein Kommt auf die Menge an. Haben wir gewonnen? Also noch eine Runde. Ach schade. Oh, der Sniper hat auch noch bei uns. Oh. Dieses Rumier-Sniper. Guck mal, wie die das verarschen. Keine Ahnung, wie ich das mit Sticks hinbekomme. So präzise zu zielen. Los. Aua Moin Zerobot Ach du Scheiße, hattest du Wahrheit oder Pflicht gespielt und musstest dir die Haare abrasieren? Was ist das? Danke für's Husten Naja Ich stehe auf Glatze, seit meinem 19. Lebensjahr rasiere ich mir regelmäßig Glatze Ich weiß also nicht wovon du sprichst Das ist für mich ganz normal Es gibt nichts geileres und befreiendes und anenehmliches Gefühl Ist praktisch, vor allem bei besonders dreckigen Arbeiten Das kannst du dir nicht vorstellen Ach du heilige Butter Was ist so schlimm? So schlimm seh ich aus Ich rasier die mir so lange ab, bis es mir so kalt wird Und im Winter lass ich sie leider wachsen Äh immer kalt und da unten wird im Bett Und dann lass ich sie im Winter wieder 2-3 cm wachsen Und im Frühling oder so Ich rasier sie vielleicht ab Mal gucken Ich mein kurzes Kerl Aber so kurz ist es ungewohnt bei dir Echt? Nö, 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 kurze Scheiße Ich hasse kurze Haare Kommt mir nichtsmals kotzen Nö, nö, ich stehe nur auf Spiegelglatze oder Haare bis zum Arsch Das gilt bei Männern wie bei Frauen Seien wir absolut Spiegelglatze oder Haare bis zum Arsch Auf beide stehe ich Alles dazwischen ist langweilig Und normal und Alltag und käsig und Gesellschaft und hat jeder Erwischt Macht's aber euch einfach Noch wenigstens mit Bart ab Nö, das kommt besonders gut so geht Und wenn man richtig Vollbart hat und dabei klatscht Kommt die Glatze besser zur Geltung Danach wieder bis zum Arsch Ja, kann ich nicht Dazu ist der Winter zu kurz Aber es wird passieren Also ich kann sicherlich in meinem Leben Wär ich das noch einmal machen Dass ich mit der Haare bis zum Arsch abbrasse Bis zum Arsch abbrasse Es wird noch einmal passieren Dass ich mit der Haare bis zum Arsch wachsen lasse Ich muss kurz was machen Dann kommen so in 5-10 Minuten wieder Wehe nicht Oder scheiß drauf Ich bleib wieder Hier hast du irgendwelche Krankheiten Die du nicht mehr wegkriegst Wieso? Ich bin kein gesund Meine letzte Autoimmunkrankheit hatte ich vor einem Jahr oder zwei Die habe ich dadurch eine Million Einheiten Vitamin D3 weggekriegt Und seitdem bin ich kein gesund Ist auch hier und da mein kribaler Effekt Wo ich auch die Ursache herkenne Das geht dann auch schnell wieder weg Ich habe die Zahlenkrankheit Die ist bei mir zur Zeit sehr aufgefallen Was ist das? Die ist eh gehaft Ist das jetzt ein Gag oder gibt es das wirklich? Warum fragst du mich Ob ich eine Krankheit habe Wenn du von deiner sprechen möchtest Das sieht mir sehr nach Gag aus Hier, ich will dir auch eine Waffe haben Wieso hat die meine bunte Waffe? Lappen Die sind ja leicht. Ich sagte, die achten nie auf ihr Hinterteil. Wahrscheinlich hören sie es auch gar nicht. Sie spielen bestimmt unsere Anlage. Die hören nicht, wenn sie von hinten angegriffen werden. Ich höre sie bei mir immer von hinten laufen. Oh, warte mal, wie ist das hier noch? Mit B glaube ich. Ja, mit B. Mit Y drücken wir sie rüber, oder? Wollen wir sie mit Y? Wollen wir sie mit X? Oh Gott. Wenn du halt immer auf Views, Likes und Ausguckst und denkst, läuft das gut? Brauche ich was anderes? Ja, das ist auf jeden Fall eine Krankheit nicht. Das ist ja ein Pantale-Effekt. Das ist durchaus eine Abhängigkeit, aber das Wort Krankheit passt nicht ganz. Nicht mehr am Hype. Die Zeit ist das sehr schlimm bei mir. Weil bei mir nicht mehr läuft. Und das ist nicht gut. Ja, das muss dir egal werden, wie gut es läuft. Dann läuft es manchmal besser. Und du willst gar nicht die Zusammenfassung aus dem Internet schicken. Eine Zusammenfassung? Wovon? Von deinen Klicks, Likes? Und, äh, nee, ist nicht nötig. Also sagen, läuft nicht gut, reicht. Ich meine, bei mir läuft es auch nicht gut, wenn man so will. Da habe ich mal einen selbstironischen Trailer gemacht. Das ist mein Kanal-Trailer vom Drittkanal gesehen. Der befasst sich mit dem Thema, dass es nicht gut läuft. Jetzt fange ich die Kampagne neu an. Freuen! Es ist es nicht, mhm, ha? Nichtn? Jepa, die ist da mit dem Fuß. Ich hatte einen Kanal mit über 500 Abos und mehrere tausend Klicks und Likes. Und jetzt ist der weg. Und ich habe nur noch einen Kanal mit 100 Abos. Und das tut wirklich weh. Das tut mir sehr weh. Ja, das verstehe ich natürlich. Hi, Nosferatu. Ähm. Ja, 500, das tut natürlich weh. Das verstehe ich. Aber 100 sind auch nicht schlecht. Also, falls du nur Let's Place machst, ist das top. Also, ich meine, ich habe nur 27 Abonnenten. Du scherst die über 100. Aus meiner Sicht bist du ein erfolgreicher Gott. Du musst immer eine Perspektive wechseln. Und wirkt das viel. Auf denen nicht mehr läuft und nie lief. Da musst du genau dort Werbetrommel rühren, wo du es früher auch gemacht hast. Da, da, in diese Clique gehen, wo du die ersten. Ich scher mich über 500. Natürlich, das verstehe ich doch. Natürlich ist das traurig. Jetzt bin ich voll ganz bei dir. Aber du hast noch was. Es ist noch was übrig. Und die 100 sind auch nicht schlecht. Das wollte ich damit nur sagen. Kopf hoch. Ich bin bei denen allen schon bekannt. Gebannt. Okay. Das ist natürlich schlecht. Was mit deinen Haaren? Na, ich habe die Haare schön. Sieht geil aus, ne? Ich kriege ja jedes Mal einen Orgasmus, wenn ich in den Spiegel schaue. Das ist so angenehm. Jeder in seinem Leben sollte wenigstens einmal Glatze haben. Ich konnte meine Freundin dazu leider noch nicht überreden. Aber wirklich jeder, jeder, jeder Mensch sollte einmal Glatze haben. Das ist so ein befreiendes Gefühl. Das ist so... Ach! Das ist einfach nicht beschreibbar. Das ist einfach unglaublich bereinigt. Und ich weiß nicht warum. Ich mache einfach einen neuen Kanal. Das kannst du natürlich auch versuchen. Warum nicht? So. Warum mit Batista möchte ich nicht mehr spielen? Der ist mir zu dick. Viele Frauen haben sie wirklich nicht zur Auswahl. Aber ich kann schon seit GeoV4 mit meiner Blonden nicht mehr spielen. Ich habe in GeoV3 mit Anja Stroud, oder wie der heißt, gespielt. Die war blond und mittelhaarig. Bei Frauen finde ich Mittelhaare noch okay. Ich mache einfach einen neuen Kanal. Ich meinte, ich habe minus 50 andere Accounts. Frag mich warum. Warum? Bei wem hast du jetzt gespammt? Was ist mit deinen Haaren? Das habe ich schon beantwortet. Und damit kann ich mich hochpushen. Du sollst dich nicht selber abonnieren. Lass den Scheiß. Ah, da kann man gebannt werden von YouTube. Das bringt dir auch im Alltag nichts. Das würde dich eher immer frustrieren. Mit Brille. Cool. Ich gucke mal, was ich freischalten habe. Irgendwas an Waffen freischalten. Hier habe ich Skins. Richtig schöne Waffen-Skins. Richtig, da kommen wir gleich wieder bei Bioshock an. Nehmen wir Richtig, da kommen wir gleich wieder bei Bioshock an. Ja, hier muss ich mal was ordentliches freischalten. Richtig schöne Waffen-Skins. Na, wo gibt es die bunten? Seht ihr, die bunten sind ja gar nicht. Ich will wissen, wo die bunten Waffen herkriechen. Wenn die hier nicht sind, kann ich die nicht so einfach freischalten. Aber mir fehlt zur Zeit auch die Motivation. Ich zwinge mich, ich fahre mich zum Stream. Das nie machen. Tue ich auch nicht. Deswegen streame ich in letzter Zeit selten. Nicht, 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 wenn keine Motivation da ist. Beziehungsweise gibt es noch ein anderes Spiel, was ich spiele. Ich weiß nicht, ob ich das triebens heute. Ich spiele seit 16 Jahren fast. Im Dezember sind 16 Jahre. Schon online, international. Es gibt auch noch schon online German. Ich habe halt zu hohe Erwartung. Was heißt Erwartung? Erwartungshaltung ist generell nicht gut, aber Ziele sich hochstecken, das ist okay. Hochgesteckte Ziele sind okay, aber nicht so viel Erwartungshaltung. Dass es passieren muss. Ganz geschillt rangehen. Auch wenn ich ein schlechter Berater bin, was das angeht. Weil ich bin ja auch nicht sehr geschillt. Wie kann man den kaufen? Ach, die kann man für 2400... Schrott. Kann man die verkaufen? Gottenhäßlicherweise ist hin. Braucht den Ars. Kann ich mir verkaufen, die Waffenskins, die eigentlich ja gefallen. Ja, immerhin. Aber goldenen kann ich ja spielen. Aber ich habe nur 610 Schrott und weiß nicht mehr, wie ich sie erhalte. Ich gehe mal auf die Einkaufsdaten. Vielleicht kriege ich mal da die bunten Waffen her. Na gut, ich gehe mich wieder zum Aufnehmen, Zwingen, beziehungsweise als Skriptschrank. Warum? Lass das nicht. Ich habe doch gerade gesagt, du sollst das nicht machen. Jakos 1000... Jakos 1000... Jakos 1000... Jakos 1000... Hier kann man Eisenkabel 500 Eisen sind zum Beispiel 5 Euro 1000 Eisen sind 10 Euro, also Cent 500 Cent, 1000 Cent 250 Eisen extra haben wir richtig viel gekauft, dann 20er Ja, wenn ich die knallrunden Waffen dafür kriege, würde ich das sofort machen Notvorgedeutsches Weinen Ich kann ein Fragezeichen kaufen Na doch, ich muss, du musst Ja, na, lass ich den gesiegen, da läuft eh nichts mehr Du musst, na wenn du musst Wenn die Idioten wüssten, dass ich sofort Echtgeld hinblättern würde Für diese bunten Waffenskins Aber die bieten sie mir ja nicht mehr zum Kauf an Also wo in aller Welt haben die die her? Selbst noch wöchentliche Gegenstände Und das sind die wöchentlichen Das sind die tägliche Okay, dann bye 20 Euros e-Paket Dann muss ich sie jetzt nicht in blauen Klamotten da Also ich Ich lösche das mal Wie löscht man das? Wie löscht man denn den Einsatz? Ich will jetzt nämlich neu starten Ich muss noch mal Kotsch Ich muss noch mal Kotsch in der Stoich löschen So, Gears 5. Sammlerstücke. Gibt es eine Playlist mit allen Sammlerstücken? Kann ich das nicht irgendwie löschen? Also beim letzten Mal bin ich definitiv an zwei Sammlerstücken vorbeigelaufen. Hat nur vier Akte, wieso das? Hat der Fieden nicht gesagt, es ist ein Fünf. Hat er sein Sechster Akt? Das hätte nur vier Akte. Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4. Jetzt starten wir frisch. Spiel starten. Schwerigkeit, gerade wahnsinnig. Oh, ich kann wechseln. Aber nur zwischen den dreien. Das ist ja meine Auswahl. Das ist ja tauschlich cool, da reich ich den Best. So, schreibt ihr was? Nö. Jetzt starten wir mal. Okay. Jetzt haben wir es 18.32 Uhr, wenn du sieben in deine Zeit und wir, ist auch leise. Und ich kann es jetzt nicht mittendrin unterbrechen, da oder stellen, solch ein Vollidiot, ich kann es auch nicht überspringen, jetzt habe ich es ersprungen. Luschel, 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 luschel. Natürlich macht man den Jensen Müll hier runter und lässt die Charakterdialoglautstärke laut. Ja. Sie kennt es nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay. Okay. Wir sind fast bei Bärts Koordinaten. Willkommen in der Sura. Luschel. Mach bestimmt acht oder neun Minuten, ja. Albträume. Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Das ist schön gemacht, rein optisch. Komm schon. Komm schon! Kommen in Fahrgrei 3. Oh. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du. Ja, mir geht's gut, okay? Ja, jetzt schon klar. Oh, scheiße. Danke, Del. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf uns. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Zentrale? Echt jetzt? Ich hab einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Baird. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von Ihnen. Was Jim nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidenten nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Zack und sein vor vorhin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern einen alten Prototyp des Ammers der Morgenröte starten. Und laut deiner Information ist eins der Silos noch intact, oder? Ja, so weit Sie das beurteilen können. Ring Dave in einen Kontrollraum. Ihr regelt die Startsequenz. Vor allem, ich bin hier rumgelaufen beim letzten Mal. Hab's trotzdem nicht gefunden gehabt. Das Sammlerstück. Ja, ich hab tatsächlich erst Sammlerstück 3. Und ich war hier. Ich hab jede noch so kleine Stelle abgesucht und trotzdem nicht gefunden. Wetterphänomene. Markus hier. Es besteht kein Zweifel. Das gehörte mal meinem Vater. Die Sturmfronten sind die absolute Hölle. Er war besorgt, dass ich die Geschichte vielleicht zu hart über ihn urteilen könnte. Na los. Auf was, ich lese. Über ihn urteilen könnte. Schließlich war er es. Der Hammer der Morgenröte perfektionierte. Millionen kamen deswegen um. Aber ohne ihn hätten wir vielleicht gar nicht überlebt. Er schuf Dinge, um Kriege zu beenden und nicht, um sie zu führen. Das war sein Antrieb. Ich hoffe wirklich, dass das nie in Vergessenheit gerät. Wohlfrieden, Dad. Jetzt geht es um die Brille meines Opas. 2,22% abgeschlossen. So, das war das erste Grundstück. Jetzt gucke ich mir mal schön an, wo das zweite ist. Auflösung höherdrehen von dem Video. Er hat nicht denselben Fehler, wie in GOV4 machen. Durch rushen und einfach nur so hoffen zu finden. Sondern mir jetzt gleich mit dem Video helfen lassen. Weil, auch wenn man ungefähr die Hälfte oder ein Drittel aller Sammlerstücke selber findet. Oh, das ist ja fies. Oh, jetzt denke ich sowas. Aber ich habe auch schon ein bisschen später an Sammlerstücke aufgedacht. Dann denkt man sich immer so, nicht so schwer ist es eigentlich ja. Und ich hätte es ja auch finden können. Ja. Bin ich natürlich hier hoch. Ey, weil du siehst ja nicht, dass hier am Weg lang geht. Fies, oder? Du siehst, du denkst, das ist alles hier gerendert. Du kommst hier eh nicht weiter, bla bla blub. Und darüber siehst du komplett, dass hier am Weg lang geht. Und schon ist ein Sammlerstück mehr dort. Und so hast du schon in den ersten zwei Spielsekunden Sammlerstücke. Herausforderungsmünze der Unix-Wache, eine Herausforderungsmünze, die einem Mitglied der Unix-Wache für seinen Dienst verliehen wurde. Die Prägung lautet, Jeremiah Kieken, Unix-Wache, fünf Jahre. Kein Rückzug, keine Kapitulation, keine Niederlage. Auslautungsmünze, die einem Mitglied der Unix-Wache, ich weiß nicht nur, wer das sein soll. Das ist ein Dienst von dem Wort. Die Prägung lautet, Scheinlück hier, Unix-Wache, fünf Jahre. Das müsste dann das sein, was ich gewunden habe. Ja, das ist das, was ich schon gewunden habe. Das ist die Asura-Zeitschrift. Wenn es der Abwagad hat. Und jetzt, wo ist die vierte? Sehr fies versteckt. Infermary, okay. Ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Jetzt gehen wir auch schon zu drei. Ich habe eine Idee, wo es sein könnte. Ich denke daran, auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grafstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Asura zu kommen. Ja, aber wenn die Styliten im Orbit sind, können wir den Schwarm von dort aus einhalten. Hey, hey, komm zurück! Hey, hey, komm zurück! Scheiße, was zum Teufel! Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell. Bärts Plan von hier, einen Satelliten zu starten, ist es bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Bärts Spezialität. Vorher wusste Bärth überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt. Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat der Bärth in ein paar Korregeheimnisse eingeweiht. Davon gibt es auf dieser Insel eine Menge. Das ist nett und komplett neu. Interaktion mit dem Bot. Was uns immer nur mitfliegt und den man gar nicht beeinflussen kann. Was uns immer Türen geöffnet, Türen aufgeschweißt. Das ist der Bot in GeoW1 bis 3. Von GeoW1 bis 3. Von GeoW1 bis 3. Von GeoW1 weiß ich überhaupt nicht. Mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Das ist das Fatale, was zweitemal durchläuft. Sieht man selber die Mundstücke nicht mehr. Was es dann schwierig macht, es einem Partner zu zeichnen. Dann wäre jetzt ein anderer Mitspieler dabei. Wartet ja, dass wir das Mundstück noch sehen und für sich aufheben können. Hi Uliki, Mensch, wurde aber Zeit. Was geht, ewig nicht gesehen, was geht und so. Bei mir geht nur 7 Days. Ich brauche aktuell kein 7 Days, weil ich spiele sehr viel Real Life 7 Days in letzter Zeit. Ich pitoniere gerade meinen Hof. Kommen eventuell noch Videos zu. So, jetzt muss ich eine Gegend namens Infirmary suchen. Jetzt schaue ich mich nochmal kurz um. Infirmary. Was heißt ein Infirmary? Dass solche Computer hinter so einer Scheibe stehen. Ich habe die Rampe gesehen, von 7 Days inspiriert. Welche Rampe? Wovon you speaken? An der Garage. Mein neuestes Video hast du schon gesehen. Ja, das sah vorher auch so aus. Vorher. Guck mal die anderen Teile, von wie ich Garage und warum. Da waren vorher schon solche Steine. Es ist eigentlich keine Rampe. In der Güte jetzt, weil es so niedrig ist, wirkt es dann wie eine Rampe. Ja, so kann man das sehen. Da komme ich sehr gut mit dem Motorrad hoch, übrigens. Fünf Monate mit Ämtern rumtelefoniert, welchen nichts. Mit fünf vollen Ämtern. Ja, sie sagen, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum. Dann halten wir mich zum nächsten, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum. Dann zum nächsten, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum, wir kümmern uns drum. Und das nur fünfmal? Dann hat er letzt irgendwann gesagt, ach, das passt schon so. Wir brauchen uns nicht drum zu kümmern. Halten Sie die Schnauze. Das sind Ämtern. Dann sagen sie, wir kümmern uns drum, sie haben vollkommen recht, sie sind im Recht. Dann sagen sie, ach, das bisschen da, das blieb uns alleine. Nee. Ja, wie in Seven Days. Die knallt da vorne einen Bordstein. Ich kümmere mich darum. Wenn Ämter zahlen müssen, geht das nur mit Anwalt. Nee, die Ämter hätten die Firma dazu bringen müssen, das wieder zu reparieren. Die Firma hätte davon aus eigener Tascheflächen müssen, weil die das kaputt gemacht hat. Die waren bloß zu faul, also ich fahre mir voll zu meckern. Eine 15 Zentimeter hohe Stufe oder eine 10 Zentimeter hohe Stufe sei nicht hoch. Versuch mal einen 10 Zentimeter hohen Bordstein mit dem Motorradfrontal hoch. Dann gehe ich jetzt rein ohne Ende in meine Garage. Ich habe jetzt halbwegs so etwas wie eine Heimfahrt. Okay, schalten wir sie auf. Okay, schalten wir sie auf. Egal, die Leute in die Hand mit dem Motorrad und sie machen, die haben noch keine Drohnen. An Höhe links, An Höhe links! Flankel, sie! Merhe Drohnen! Aber stimmt die Milchung so nicht. Irgendwie hat sich das bei mir alles vorgestellt. Kommt bald A8, Simon Dates, bist du wieder dabei? Okay. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht wie die Zukunft aussieht. Ich habe sehr viel Stress die nächsten Wochen vor mir. Deswegen plane ich noch gar nichts. Weder für die nächsten Wochen noch für das nächste Jahr. Jetzt spiele ich erstmal gemütlich das hier durch und dann vielleicht nochmal GOW4 und alle Sammlerstücke zusammen und dann mal gucken wo es mich dann hintreibt. Zu Seven Days oder zu Minecraft. Liegt bei mir insgesamt jedenfalls hoch und groß die beiden Spieler. Jetzt würde ich die beiden durchzocken. Ich nehme bei bisschen Datteln. Nicht groß anstrengen und planen. Bei Seven Days, naja ich habe jetzt neues RAM, ich durfte gerne Blue Screens mehr haben, aber ich würde jetzt ab heute nach jeder neuen Seven Days Runde ein Backup von Speicherstand machen. Was ich nochmal versuchen will, ist Seven Days nochmal neu installieren und dann meine Daten nochmal ein Backup versuchen. Also mit denen die jetzt kaputtwirken, vielleicht funktioniert es ja. Bei einem neu installierten Spiel ist, naja, mehr rumraten als irgendwas Symboles, aber ich probiere das halt mal. Wo ist denn der? Heute haben wir uns jetzt hingeworben. Jetzt kommt ein bisschen weiter. Hey, ich habe mir Granaten dringend lassen. Die brauche ich dringend bei den Schwierigkeiten gerade. Wo ist denn der Fliegende? Hier ist er. Hast du mit den Granaten hier hingeworfen? Er hatte ab, Worte ab bis 18, 17 Speicherfunzen bestimmt wieder nicht. Das lag nur an meinem Blue Screen, dass der Speicher kaputt gegangen ist, weil ich kaputtes RAM gekauft habe bei Ebay. Hast du eigentlich meinen schönen neuen Kanal-Trailer gesehen? Ach, hier liegen sie, Mann, bin ich blöd. Schön war tief, erinnert mich ein bisschen an das Trackdoor-System von Halo. Ich muss jetzt das Infirmary suchen, da gibt es nämlich den nächsten. Safe Impuls. Safe Impuls. Der Ruder. Bist. Tut mir leid. mir geht's gut fürs protokoll das siehst nicht gut aus zu viele aktive schwärme hier sind überall grabstätten geschlüpft ein grund mehr den hammer online zu besiegt hoffentlich sieht jinn das auch so schon bis hier habe ich es ja beim letzten mal geschafft hier hier nicht mehr zurückgehen aber man kann ja jederzeit wieder in die Kapitel einschlüpfen um die einzelnen Fundstücke noch zu holen man muss nicht alles nochmal durchzocken ja 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 Das war's für heute. Wie geht das? Mit 1 Schuss, ey! Schöner Schwierigkeitsgrad hat, wenn er da ausgesucht. Ähm, Uliki, wann ist denn dieses bald? Bald wird das längste bald, was ich gehört habe bei 7 Days war, äh, ja. Ich hab doch gedrückt! Ich hätte so dermaßen unter meinen Schrotblind abkacken müssen. Ich hab' den Ball, das ist ungefähr ein Jahr. Ich hab' den Ball, das ist ungefähr ein Jahr. Ich hab' den Ball! Lass mich! Bald! Bald ist innerhalb dieses Monats! Was ist ein bald? Ich hab' meine Kanade rein, ich hab' keine! Penner! Okay. Was hat er denn so laut gemacht? Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Ein Loch voller Glibber. Was wollen die Ehens da? Die wohnen hier auf dem Planeten schon immer. Hier Menschen sind eigentlich die Eindringlichen auf ihrem Planeten. Und wie er sie halt erst spät entdeckt. Ist er auf dem Planeten Pera, Tera? Welche Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Marcus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Gut, bleibt dabei in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du ne bessere Idee? Oh, wir hatten keine Pio-Kampfstoffe benutzt. Ja, dann muss die Hersteller fragen. Ich bin eher für Plasma- und Laserwaffen- und Stromwaffen-Hetweder-Art. Haben wir doch mal Laune, Mensch. Das ist auch nicht mal ne gute Frage. Endlich mein Zuschauer, der sich mit dem Spiel integriert. Was kommt da hinten? Komm, suchen wir mal das Infamary. Gitt. Jetzt haben wir ne schöne Brühe, oder? Nein? Na, das ist doch eine Bühne. Das ist wirklich ein Bühne. Na, das ist ja so. Pledigai, was ich wirklich eine kleine Schlange, die wegnehmen muss. Oh, nein, das ist doch schön. Das ist ja so. Alien-Scheiße, ja. Ja, Ruhe. Komm, komm. Komm. Ich zersäge dich noch vor am Frühstück. Ich habe einen Schiss von meiner Säge. Ich habe einen Schiss von meiner Säge. Feichlinges. Sind alle hier ins Klub wie ein Brot? Ja. Manche sind glüger. Oh Scheiße. Ich bin schwerste Klick jetzt gerade drin. Zwei Treffer und die Hüge jetzt mal. Wenn man ein bisschen in Bewegung bleibt, gehts recht gut. Ja, ich bin's. Alles klar, das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir wegkommen. Wie ich den Retro Lancer, ja. Ja. Ja, hat doppelte Schlagkraft. Oder ein Drittel mehr. Nachdem er was ausdrücken will. Typisch für Gear ist alles schön übertreiben immer. Ich bin's. Hey, kannst du's öffnen? Hey, kannst du's öffnen? Nachdem ihr wechselt. Dave ist standardmäßig unsere Schweißroboter. Seht ihr Dave versteht's? Seht ihr Dave versteht's? Okay, auf zum Silo. Abwärts. Soviel zum Thema Silo. Soviel zum Thema Silo. Hier durch. Hier durch. Oh Mann, wir sind nicht allein. Schwarmknurrt. James… wir sind über dir. Ich seh das... Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es prinzig wird. Ich höre uns auf den Bezieherzahlen. Einmal schon Granaten, die eben fangen hier. Aua. Technologisch minderwertige Vögel werden verarscht und versklavt. Welchen Sinn macht es, Krieg gegen sie zu führen? Ja, sehe ich nicht. Ach, der Retrolenzer, der Metz ist denn schöner. Wir müssen erst Krieg gegen sie führen, bevor wir sie versklavt haben. Ich glaube, das ist für die richtige Einheit. Wo kommt die Schöße? Wo kommt die Schöße? Oh ja, gib mal die Waffe her. Ich werde sterben. Ducken! Das ist ganz so. Dumme Geschichte mit Glasperren und Bestechen. Hat immer geklappt. So, natürlich. Du bist echt klug. Also du wirst es, wie die Bevölkerung einnimmt. Du hast nur ein perfekter Kriegsberater. Aua. 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 Du hast nur ein Glasperren beschlichen. Mega. Genau. Völker nimmt man heimlich ein, ne. Aua. 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 Aber da hüft mir leider. Aber da hüft mir leider. Ich muss sehen, wie ihr seht. England hat's vorgemacht. Jahrhunderte Völker ausgemutscht. Jetzt nicht mehr nützlich. Mit viel Tamtam die Freiheiten lassen. Genau so. Genau so. Eins zu eins. Der Hauptgrund, warum sie die Berliner Mauer weggemacht haben, war nicht mehr nützlich. Die Waffe ist doch mal geil. Ja. 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 Das ist ein bisschen weg. Der Typ ist echt fies. Ja, war klar. Weil mich ein Wahnsinnshotos mit dem Waffen natürlich kriegt. Mal kurz was nachprüfen. Oh, Licky hat bei mir kommentiert, sehe ich gerade. Seitenschneider, stimmt! Natürlich, Seitenschneider ist ja dazu da, dass man einen Stahl durchkriegt. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Genial, das ist ein richtig guter Tipp. Danke, Licky. Ist ja mega, ein Seitenschneider. Warum bin ich darauf nicht gekommen? Endlich Verwendung für meinen Seitenschneider. Die Waffe hebe ich mir jetzt mal für das große D auf. Oh scheiße, Träger! Zentrale, wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen! Euer Kondo ist fast immer nicht weit in die Hände! Okay, Verstärkung unterwegs! Ich habe Beschützer oder der 1er. Was darf sein? Ja, wie werde ich eben diese Viecher? Ja, wessi, ich botz. Ja, wessi, ist denn klug? Wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Seitenschneider, natürlich. Es gibt ja was mit einem Metallschneider. Das ist ein Seitenschneider. Natürlich auch generell noch eine Metallschere aus einer anderen Schicht. Genau, ich bleib mal hier hinten. Wenn die großen Viecher von oben kommen, vielleicht fahren wir über die Decke. Ziel erledigt! Ziel erledigt! Ziel erledigt! Ja, geht mal hier runter. Ich bleib hier oben. Das Ziel soll das auch tauchen. Wenn ich hier hinten bin, wa? Genau, jetzt werde ich mal zurück. Oh, scheiße. Träger, Zentrale, wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen. Euer Konto ist fast in Reichweite. Okay, Verstärkung unterwegs. Ich hab Beschützer oder DE-1. Was darf sein? Was sind die Konto? Was in der Kilometer? Ja, schau mal. Lass das! Lass das! Was ist das? Irgendwas hat mich jetzt erwischt. Irgendwas hat mich geschossen. Ja, das fiel wahnsinnig gut, das ist schon. Das war jetzt gemein. Der hat zwar lauter neue Viecher in GOW4 und GOW5, aber die haben eine ähnliche Funktion wie die bekannten Viecher aus GOW1 bis 3. Und noch eins! Und noch eins! Oh scheiße! Träger! Zentrale! Wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen! Eure Kondo ist fast in Reichweite dieser! Okay, Verstärkung unterwegs. Ich hab Beschützer oder DA1er. Was darf's sein? Schick uns Beschützer! Schick uns Beschützer! Ich hab dich gefragt! Möge der Bank an! Schick uns! Schick uns! Schick uns! Schick uns! Schick uns! Schick uns! Gut, mein genauer richtiger Moment war oft. Das sind sie endlich Das ist aber cool Hey Zentrale, der Träger ist erledigt, danke für die Hilfe Stevies, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit, los jetzt Du könntest aber wirklich vermuten, der soll er gehen Deswegen habe ich den Weg am Anfang nicht gesehen, weil ich nicht vermutet habe Aber jetzt bin ich weiter als beim letzten Mal Es ergibt keinen Sinn gegen sie zu kämpfen Besser sie für ein Stück rot arbeiten lassen Richtig, und manche haben da schon begriffen, dass man das so macht Die Schwarzen waren auch glücklich Erst nach der Befreiung kam das große Meckern der Schwarzen Ja, stimmt Die Sklaven hatten es so gut, ne? Warmes Dach über den Kopf Ach Grundstücke, die andere für sie verwaltet haben Eigentlich ist das Sklavenleben was Feines Nichts, das ist zu Nein, das ist zu Wir müssen sie irgendwie aufkriegen Wie die da scheiben hatten die damals Was machen wir denn jetzt? Wo haben wir denn jetzt? mach mal der jetzt was ist da drinnen da ist noch ein Mensch durchgekommen da ist der Computer das ist Infirmary und dahinter ist das vierte Sammlerobjekt ich werde jetzt 7-day-statteln viel Spaß noch hier viel Spaß beim 7-day-statteln Aaaaah 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 Baaah Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Komar. Gefallene Asura-Gier. Anton Morissette. Corporal. Der Sinter. Ja, komm schon. Das ist fies. Ach, der Sinter war damals geil. So, jetzt gucke ich mal, was mir das Video sagt, wenn er es guckt. Ja, jetzt läuft auch schon mal müde ins Infirmary. Was auch immer Infirmary heißt. Keine Ahnung von euch Spanisch. Jetzt wieder raus in die Treppe hoch. Gleich links in den Raum. Das ist fünfte. Das ist fünfte. hoch. Drüber. Und links. Links. Und links. Hier ist das vier links. Okay. Ja, die Nächsten recht leicht. Die kann man fast nie übersehen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Muni ein. Und bereiten uns aufs nächste Gefecht vor. Was ist die Stimme? Tututututu Das Schärfste ist das, dass die in GUW standardmäßig mit Ohrenmonitoren arbeiten. Weil die sonst eigentlich recht coole Technik haben. Ist das schon wieder raus aus dem Infirmary? Jetzt muss ich mal was hier angeht. Nein. Nein! NERJENS! Let's add NERJENS hin! Niesigens! Hier hoch. Und das sieht gerade aus. Links, links, links. Links, 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 am linkesten. Da. Da habe ich schon. Ist auch vorgeladen. Was? Guck dir mal diese schicke Uhr an. 50 Screenshots wert. Armbanduhr des Vorsitzenden. Der Vorsitzende Brescott. Brescott. Er war allgemein bekannt, dass er ein richtiges Arschloch war. Aber wir haben es zu großen Teilen ihm zu verdanken. Dass wir uns heute überhaupt über den Kopf zerbrechen können. Was sonst? In der Akademie hat man uns beigebracht, wie man harte Entscheidungen treffen muss, die darüber bestimmen, ob deine Freunde und Truppmitglieder am Ende des Tages überleben. Tja, unser Mann Brescott hat den Hammer der Morgenbröde eingesetzt, um den ganzen Planeten in Schutt und Asche zu legen. Damit die Locusts aufgehalten werden konnten. Als er diese Entscheidung traf, waren die Locusts darauf und daran, uns komplett auszurotten. Brescott verschaffte uns etwas wertvolle Zeit. Aber das kostete Millionen von Menschenleben. War das die richtige Entscheidung? Ich sage dazu nur, die Wahl zu haben, gibt einem nicht das Recht, sie auch zu treffen. Einige Entscheidungen sind weitreichender, als es sich ein Mensch ausmalen könnte. Tolle Nicht-Antwort. Vielleicht auch noch Preskitts Uhr, Mensch. So, komm, einen Monitor, ticken wir jetzt mal. Ach ja. Das ist mal eine Tastatur und eine Maus, he? Ja, die sind in den 17ern auf dem Planeten gereist. Das ist mein Screenshot wert. Na, mein Screenshot. Unsagbar schönen. Warte mal, kriegen wir alles auf einen Screenshot? Könnt ihr mal gleich den hübschen Monitor mitnehmen? Endschönen WC. Und ich mach mal mein Dings weg. ребен ein 6000 ft. actually auf das Maß an. Ja, ich kenne den Druck. Hmm, das leiert sich gerade ein ab. Ja. GeoG4 haben euch noch nicht viele Bilder. GeoG4 habe euch viele gemacht. Kann man mich sehen? Kann man mich hören? Riechen schmecken Tasten? Gut, dann gehts weiter. Ist aber selten hübsch, ne? So. Jetzt habe ich Breskets Uhr. Jetzt hier auch Sammlerstücke. Und wie ihr seht, im Kapitel in Akt 1. Ne, Kapitel 1. 4 von 6. Jetzt reden nur 5. Dann dafür 7. Nächsten. Dann wieder 7. Oh, das sind echt viele Sammlerstücke. Hey, liebe Scheiße. Ja. 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 Da wachsen. Ja. 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 Ist das nicht nur normal. Du hast ja das nie eingesetzt. So, jetzt sind wir mal wieder. So schön gestaltete Räume und dann so stocke finster, dass du dich genießen kannst. Ach, zwei Soffnerstücke, dann haben wir sie geschafft. Zumindest für Akt Nummer 1. Danach werde ich wahrscheinlich... ...ein Päuschen machen. Ein Mittagspäuschen von drei Stunden. Und wenn ich dann nochmal wiederkommen sollte, kann es sein, dass ich mal was Außergewöhnliches spiele. Also etwas, was ich noch nie gespielt habe. Da kann es passieren, dass ihr dann außer dem Bauklotzer stand. Das spiele ich nämlich jetzt nochmal privat offline die ganze Zeit. Ja, da, in diesem Raum. Ist auf jeden Fall das nächste Sammlerobjekt. Jetzt ist die Frage, jetzt gibt es hier zwei Wege. Moni! Ich könnte mal Ersatz da diese Dinger brauchen. Ah, ja. Geht doch! So... Das ist mein große Muni. Ha ha ha, Pupedus. So, Louis. Okay, suchen wir jetzt das Büro. Ah ja, let's suchen! Ich hätte ein schönen Sammlerstück hinmachen können. Naja. Sie haben sich dann doch anders entschieden. Ah ja. Hier gibt es dunkle Ecken. Das ist der Hammer. Der Hit in der Hut! So, und das nächste Sammlerstück. Äh. Lass mal fein umlegen. Äh. Wer schuld ihr? Ach wie immer. Wer ist eigentlich noch alles da? Warum mach ich grad wieder den Alleinunterhalter? Ist der hier abgespeichert? Nee. Ich hieß es noch aufs Neue hier rein. Das könnte schon dauernd nervig werden. Ich hab hier was. Okay, ich mach alleinunterhalter. So, weiter gehts. Was hat mich jetzt umgebracht? Ich war komplett in Deckung. Ich. Mein treuester Zuschauer. Mit meinen Smilies. Du bist doch der, das freut mich. Ich muss jedes Mal, wenn ich sterbe, hierherlaufen. Ach, das Messer geht schneller. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Bunyohin. Machen wir auch echt langsam Routine rein. Okay. Okay, suchen wir jetzt das Büro. Okay, suchen wir jetzt das Büro. Das ist doch gemein. Ist doch gemein. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Was? Scheiße Cyan. Scheiße Cyan. Timm! Summi Feind erschalten. Melancholisch, Lieutenant. Werfe Granate! Verdammt dein Wee! Wir haben unsere Verstärkung verloren. Nein, den Dreck zieht ja auch mal um. Ey, ich... Eine Sekunde zu lang am Knopf gewesen. Ach ja... Ich hab hier was. Ich hab hier was. Okay, suchen wir jetzt das Büro. Ich glaub ich schieß mal nicht auf den Seilen. Ich kümmere mich nur um das kleine Vieh. Und ich schmeiße mal nur Granaten auf den Seilen. Scheiße, Sion! D.B. Feind ausschalten! Beschädigungsloser. Verdammte sie, wir haben unsere Verstärkung verloren! Scheiße! Ich bin ein Alkohol! Ich bin ein Alkohol! D.B. Den Dreck finde ich geil. Scheiße... Ah. Okay, suchen wir jetzt das Büro. Nach einer Zeit erhebt sich die Kraft des Psychogittis. Hallöle. Wird das jetzt ein kurzer Besuch und sehe dich dann für sieben Monate nicht oder bleibst du diesmal einen halben Tag länger? Ja, du erzählst die Wahrheit. Denn mein Mutti zieht um daher einen Kurzbesuch. Denn mein Mutti zieht? Was zieht sie? Was zieht hier! Oh, oh, oh! Oh! den hammer muss man kurz weg mein schlester ruft ok jetzt noch nicht überstanden jetzt 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 Oh, echt jetzt? Meine Mutter zieht um, um, siehst du das nicht? Wenn du Kommatas verwendest, ja, bitte verwenden sie jetzt Interpunktion, denn groß, mein Mutti zieht um, Punkt, daher ein Kurzbesuch, Punkt, verwenden sie jetzt Satzzeichen, neue Erfindung, damit die Sätze auch lesbar werden. Den haben wir, oder? Nö, doch, doch! Er liebt ja immer noch. Was ist sonst mein? Erinnert mich an die YouTuberin. Ja, wir können die einstecken. Er liebt. Gut, doch. Das ist auch ein YouTuberin. Nicht wirklich. Was ist denn der Sack? Schau rum. Ha! Ach, da! Geschafft! Und jetzt suchen wir das Büro. Wie sieht das Büro eines Kommandanten so eine Anlage aus? Keine Ahnung, ne große Tür, Namen, Schild, steht Kommandant drauf. Das, das klingt logisch. Das, 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 das. Das ist halt so. Ich glaube, dass das ist das Gerichtspot. Ich habe jetzt einen Punkt. Ich habe jetzt einen Punkt. Ich habe jetzt einen Punkt. Sieht wie ein Befehl von ganz oben für den Einsatz der Leichtmassenrakete aus. Das Tatum passt ungefähr zum Ende der Pendelungriege. Aber warum wurde das Ding auf was gar abgefeuert? Das war doch gar kein UUR-Start. So, Sammlerstücke. Zack. Ja, sechs Stück von sieben. Jetzt gucken wir mal, wo muss siebte finden. Ganz ungescheatet. Ich muss noch ein D vorher lassen. Okay, krass. Hätte ich nie gefunden. Hätte ich nie gefunden. Zumindest nicht so bei einem ersten normalen Durchlauf. Ne, hab die Ohren. Das war nur für's Türöffnen. Morgenruhe, Schema der UUR. Okay. Kapitel 2. Wenn wir im Raum mit einem Holoplaneten sind, den sie 1 zu 1 aus Star Wars geklaut haben. Also ziehe nichts gegen dich, aber am Anfang dachte ich kurz, du hast bei deiner Facecam dich als Mohat Magandhi. Mohat? Also nicht Mahat. Magandhi, nur in Deutsch. Sorry. Hast du mich noch nie mit Glatze gesehen? Jetzt wird's aber albern. Ich seh schick aus, oder? Riecht da Orgasmus. Ich könnte mich nicht drauf fixen. Räume ich auf die nächste Rasur. Mahat. Mahatma heißt er, glaube ich. Mahatma. Gandhi. Mahatma Glück, Mahatma Bech, Mahatma Gandhi. Warte mal, bevor ich durch die Tür latsche. Gibt's noch einen anderen Raum, den ich untersuchen kann? Gibt's da auch hier Kunststücke, auch vielleicht Garten oder so? Ich teilt mir einen Röhrenmonitor im GOB immer. Andere Planeten, aber Röhre. Ach egal, du weißt, was ich meint. Das reicht. Nee, hab ich nie gesehen. Aber ja, sieht gut aus. Okay. Oh, der Tri-Shot. Na, noch kurz ein Screenshot. Und diesen wunderschönen, stylischen Computers. Jetzt muss ich nochmal mein wunderschönes Gesicht kurz wegmachen. Ich bin der Glatzenführer. So hat mich's nur nochmal genannt, übrigens. Der Glatzenführer. Ich bin der Glatzenführer. Sieg! Hast du eigentlich schon meinen neuen Pausen-Screen gesehen? Auf meinem Hauptkanal. Weltklasse. Weltklasse Nummer 7. Apparatur Nummer 2. So. Gespeichert. Ich pack mir halt noch die Elektronik dran. Muss man eben hier. Jetzt haben wir noch ein Stück Sieg. Sieg der Glatzen. Genau. Sieg der Glatzen. Hammer der Morgenkröte. Schema der UUR. Technische Pläne für die Konstruktion des Hammers der Morgenröte. Einer orbitalen Strahlenwaffe. Genau, das ist sie. Eins entschied diese Waffe über das Schicksal von Nationen und Spätzchen gleichermaßen. Ja. Genau. In Teil 1 haben sie sich die Mühe gemacht, das noch zu... Tja, zu animieren. Wenn du unten drei Fixpunkte machst. Oder Triangulation. Dann kommst du auch sowas. Die nächsten schicken Apparaturen. Gleich mal screenshotten. Der Kerim ist seit fast einem Jahr wieder in einer Beziehung. Bin happy. Wie geht es dir? Mir geht es nicht ganz so gut. Aber warum, wieso, weshalb ist leider im öffentlichen Bereich nicht wirklich besprechbar. Was meinst du mit Beziehung? Was ist aus deiner vorherigen Beziehung geworden? Ich wusste ja nicht, dass du eine mal nicht hattest. Wollen wir kurz reden, Schott? Ja. 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 Was ist denn da passiert? Und das ist jetzt schon die dritte Apparatur. Die ich fotografiere. Sehr schmuck. Oh, okay. Ach ja. Wer aber dies ist. Zipzer Techniker, diese Ptonbänder. Hammer. Das Büro des Kommandant, sehen wir uns um. So, ich würde auch stehen. Kommandant Rasket. Ach, das war auf gut Deutsch eine Chini. Sie hat mich betrogen. Ach, mach doch sowas nicht. Mach doch gleich offene Liebe mit alles und jedem. Da hat man solche Probleme nicht. Ach, Mann. So, mach mal, Dave. Was haben wir denn da Schönes? Hey Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und die Überrennung. Oh, scheiße. Wir sind auf dem Weg. Äh, wo muss ich hin? Ist das so Hammer. Was? Ich hab' da gesehen. Das ist so ensemble. Ich hab' da gesehen. Das sollte passen. Das sollte passen. 2-Shot. 3-Shot. Hier gehts nicht lang. Loot. Jetzt ist es zwar nicht lang. Ich mach jetzt meinen Führerschein. Schein des Führers. Und hab am Samstag meine fünfte Fahrstunde. Okay. Nein, Sackgasse. Nein, Sackgasse. Gut. Vielen Dank. Spreng Munition. Ach. Gute Boomshot. Lauter. Oh, mit meinem Dropshot her. Rums. Geil. Mit der Faser musste ich lange lernen, umzugehen. Ist noch einer? Okay, nicht mehr lange. Alles klar, der Kontrollraum ist sicher. Ich müsste jetzt eigentlich Schluss machen. Ich hätte ja nur noch das Ausstieg Kapitel zu Ende gemacht. Diese 70er-Computer hier. Alles so 70er, 70er, 70er. Wenn du einen Führerschein hast, was machst du denn? Wer ist denn zu mir? Das ist doch mal eine geile Frage. 70er, 70er, 70er. Speichern. Ich habe ja letztens gestreamt auf Twitch. Habe ich das erlaubt? Habe ich dich da eigentlich abonniert? Oh, der Dropshot, was nehmen wir mal. Kann ich machen. Dann fahre ich zu dir und lande dann auch vor deiner Facecam. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 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 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 12. 12. 14. 15. 16. 16. Was ist das denn? Plus 3 Einmal Nachtfahrt, Landfahrt, Autobahnfahrt Ja, dann gibt es immer solche Phänomene, dass es viel Zeit frisst, bis man auf der Autobahn kommt manchmal Das wird am meisten das schon damit zugerechnet oder auch manchmal nicht Einmal Nachtfahrt, einmal Landfahrt, einmal Autobahnfahrt Immerhin hast du die Autos, haben sie trotzdem stark gekürzt 13, ich musste, boah, irgendwo zwischen 20 und 30 lag mal eine Stundenzahl Ich musste auch noch ein paar nachmachen, weil ich die Prüfung nicht verstanden hatte beim ersten Mal Da kann ich so eine Kleinigkeit wie eine blinkende Ampel schon aus der Porto bringen Wenn ich es bei den 13 nicht schaffe, dann mehr Okay Das ist ein bisschen sehr wenig Praxis Der geht mir ja noch zittrig ran, wenn man es auch schon mal selber erfährt Ich kam mir die Autobahnspuren ein bisschen schmal vor Für mich kam ich einfach ein bisschen schmal vor Ich wollte die immer breiter haben Das sind jetzt noch meine Autospuren Also nicht als Beifahrer, da war das immer normal für mich Aber als ich es selber fahren mache, dachte ich, es ist auch schwer um den Autobahnspur zu halten Das ist auch schwer um den Autobahnspur zu halten Ich kriege sie ja gar nichts Ich bin schon Ich spüre ihn schießen, aber ich seh ihn nicht. Da ist er. Mir kommt alle Straßen schon mal vor. Vor allem, wenn der Bus von gegenüber mir vorbei wird, dann habe ich sogar Angst richtig. Ja, ja, kenn ich. Bei LKWs. Bei Bussen. Ja, ja. Da krieg ich auch schon mal richtig Schiss am Anfang. Auf der Autobahn jetzt. Ich sehe nichts. Arschlauch. Und was jetzt? Und was jetzt? Keine Ahnung. Es muss oben einen Überbrückenschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Und was jetzt? Ich fang, die hast mich nicht noch mal. 1 Fragfurt! Fragfurt! Neutralisiert! Neutralisiert! Fragfurt! 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 Aber die kommt ganz da rüber. Wir müssen über diesen Akkord! Ach, das weiß ich auch. Hat jemand eine Idee? Gucke mal. Oh, da steckt sich noch einer. Dave, lass die Plattform runter! Das finde ich nicht gut! Nein! Ist es nicht! Ist noch ein Abgrund. Okay. Fahr sie runter, Dave! Wie viele Triebwerke hat eine Rakete? Normalerweise vier. Oh, komm schon! Da um! Da um! Da um! Da um! Hopp ihn! Es regnet, kommt verdammte Lass! Es geht nur nicht halten! In ein paar Sekunden ist das egal! Was das aber, was das Game angeht, bin ich bei vielen Spielen schlecht geworden. Also noch schlechter als ich jetzt ohnehin schon war. Okay. Das hast du auch gelesen, war gerade vorhin. Zehn Sekunden bis zum Start. Dave! Wir haben keine Zeit, komm schon! Jetzt bringen die Dave um. Nein! Dave ist noch da draußen! Wer ist denn Roboter? Ist das seine Schuld? 3 2 3 3 3 3 2 4 Oh, Masura ist so eine schöne Insel. Hier, ich muss los. Okay, bis dann. Ich hätte jetzt eh Schuss gemacht. Passt, bis dann. Bis in einem Jahr. Genau jetzt gehe ich Mittagessen, Cedric. Du kommst pünktlich, um die schöne Zwischensequenz noch anzudrucken, nachdem ich Kapitel 1 erfolgreich geschafft habe. Nein, ich hatte im September keine Zeit. Ich musste 7 Days in Real Life machen. Einen halben Hof umgebaut. Hatte ich generell nicht viel Zeit zum spielen. Und jetzt mache ich das ja noch deutlich, bevor ich zu vorhin komme. Also GW5. Aber dann kann es passieren, dass ich in Oktober, November, eventuell vielleicht und so... Frage an morgen Tage. Warte, zwei Jahre Freie Spiegel stattfinden. Bist du am Start? Morgen? Oh, keine Ahnung. Muss ich mal drüber nachphilosophieren, wenn ich unterwegs war und abends nach Hause komme. Ja, ja. Gucken, gucken, gucken. Wer streamt alles? Kleiner Ratschlag. Du musst dich niemandem beweisen. Mach deinen Job. Dad, ich bin ein notwendiges Risiko. Du hast nicht heißt, dass es keine andere Wahl gibt. Die gab es aber schon. Und das weißt du. Was war das denn? Was denkst du? Die selber alte Leier. Er sorgt sich halt einfach um dich. Ja, damit kennst du dich wohl entschieden besser aus als ich. Okay. Ja, wir gehen schon mal rein. Los, Dave. Das war gerade echt mies. Ich und, ähm, ja, Snona hat Spätschicht. Ja, wahrscheinlich erst 1 Cent der Zuschauer. Okay. Immerhin. 1 Cent der Zuschauer. Delphi. Ja, wäre auch cool. Eventuell. Hast du ihn schon gefragt? Nicht mit der wörterlichen Bedeutung überein. Du dankst mir also nicht. Sei bitte ruhig. Tja, ich kann die anderen Satelliten für den Hammer immer noch nicht finden. Aber immerhin habe ich aus Versehen eine KI erschaffen, die Sarkasmus versteht. Hier, die Festplatte, die du haben wolltest. Vielleicht hilft sie dir. Um Satelliten zu finden? Nur kaum. Aber ich seh mal nach. Wir konnten mal. War das dann alles umsonst? Oh, er wird schon feiern. Aber mit nur einem. mit dem funktionierenden Satelliten ist der Strahl schwer zu kontrollieren. Was ist mit Dave los? Ähm, Dave hat ein paar Probleme. Welche Art Probleme? Die Art. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Okay. Leute. Sagt hallo zum neuen Jack. Wann hast du die Zeit gehabt, das zu bauen? Wann ich Zeit hatte, das zu bauen? Das ist eben mein Ding. Ich sitze hier und baue Sachen, die ihr nicht wertschätzt und unweigerlich zerstört. Okay, was gibt's Neues an ihm? Völlig neue Verhaltensweisen. Verbesserter Scanner, erweiterte Kampf- und Unterstützungsmodule. Er ist wirklich einzigartig. Mhm. Und? Und ihr gehört euch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch eine Milliarde uralte Satelliten finden. Damon, es fehlen nur 15 Satelliten. Danke, Iris. Noch mehr Sarkasmus für deine wachsende Bibliothek. Bevor wir loslegen, Damon, das Kampfmodul, das du so genial entworfen hast, ist jetzt bereit. Das war dabei sarkastisch gemeint. Kam das an? Mir nach. Mir nach. Ihr solltet das neue Modul gleich ausrüsten. Es macht Jack Gefechtsfähig. Oh, das wird ein Spaß. Oh. Jetzt. Oh, no. Nichts zu finden, aber ich bin weg. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Und es kann wohl sein, dass wir uns nach Mitternacht nochmal sehen. Es kann sein, dass ich zwischen 0 und 4 noch ein bisschen sträme. Dann auch eventuell was anderes. Aber jetzt esse ich erstmal zwei bis drei Stunden. Freuen! Ah. Bis später. Tüüüüü. Vielen Dank.